Ich bin gespannt. Wir können hier hoch, wir können uns in dem Schleim bewegen. Ein bisschen wie Wasser, aber ein bisschen dickflüssiger, als man kann, glaube ich, ein bisschen besser steuern. Das ist irgendwie cool. Ah, ja. Ah, wir haben schon einen Elefanten in das Büro. Können wir hier einen Schubenschauern? Ja, guter. Der Hubs! Ich würde es nicht essen, Alter. Ich glaube nicht, dass ihr irgendwo reingeht. Wir müssen es trotzdem testen. Ich würde gerade sagen, das cuttet doch durch, oder? Ich denke, wir müssen sie hier. Kommandu. Gehärdig, dicker. Gehärdig, dicker. Wunderbar, gehen wir weiter. Okay, ich hoffe, da war jetzt nichts Wichtiges drin. Das wäre echt ärgerlich, weil... Ganz ehrlich, für den verpackten Level kann ich auch nichts. Lass diese Seitenblasen überhaupt durch die Wände durchgehen, finde ich. Ich würde sagen... Römer. Na klar. Und noch zwei. Einer. Okay, Second Point, da war das wohl nichts Wichtiges mit dieser Blase. Wir sind gegen später eh immer unwichtiger geworden, gefühlt. So. Komm noch mal hoch, Poli. Gut, dass du auch mal das geschalten hast. Ei, das war bitter. Geh ich jetzt aber noch mal hin. Ich will wissen, was da drin ist. Ah ja. Der fies. Ich will wissen, was da drin ist. Ich will wissen, was da drin ist. Go. Na, mal so machen. Hinter. Deine Mutter. Okay, 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 okay. Kurz warten. Und auch aufpassen, nicht, dass ihr euch an ihnen festklebt. Das ist mir schon passiert. War ärgerlich. Wir machen ein Geelang. Wir sind ein Gold-Krein. Und hier we go geschafft. Wunderbar. Doch wieder ein genialer Level. Können wir nicht anders sagen. Den Hergenkehr. Oh, sicher. Hier we go. The wonderful jump. Geil. Genialer Level, Nintendo. Props. Wirklicher Props. Geiler Level. Was sparskundbar. Schau. fall kriegt keine We Walking Marley. ��boheber. Wirklicher Props. Wirklicher Episode.